Dedeedeedeee! Wasser! Au, au, ja! Gut gemacht! Ja, ja! Was ist von die Kugel? Ich weiß! Möchtest du einer gegen eine? Ja! Ja! Okay, jetzt habe ich dich verkackt. Aber ich glaube, das ist ohne Zeit, ne? Aber ich hasse den so fest, wie der guckt immer. Nein! Ich wollte dich doch abfackeln. Ey, ich hab dich... Gut. Sehr gut abgewehrt, Kollege. Yes! Ich stole! Jetzt kriegst du das was... Jetzt zu mir! Dankeschön! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein! Yes! Stirb! Zu mir, zu mir, zu mir! Mein Torwart hat nichts. Jetzt! Was? Nehmen wir ihn doch, danke! Ah, nein, nein, nein! Yes! 3-0! Oh, das kann sogar was werden! Aber ich will mich nicht zu früh freuen, was ich aber leider schon getan habe! Zu mir, zu mir! Wo ist der denn? Nein! Nein! Ach... Was ist, wenn ich das jetzt hier verlasse? Hört es dann auf? Wusstest du, dass ich Halbprofi war, bevor ich Mönch wurde? Soll ich das Spiel neu starten? Ja. Ja, okay. Dann ist das sehr einfach. Wo schießt du hin? Nein, 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 nein! Hab ich gew- Oh, ich hab getroffen! Ist ja geil! Davon hätte ich gerne mal die Wiederholung gesehen. Zu mir! Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir! Oh, Tipp! Dankeschön! Was? Das wird ja was, ja. Irgendwie hatte ich am Anfang mehr Probleme damit. Also mit der anderen Version. Nein, 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 nein! Ähm, wo wir nur gegen den Torwart schießen müssen. Zu mir! Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir, zu mir! Oh, 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 oh! Nein, 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 nein! Ich dachte, der hätte den schon. Nein, nimm den doch! Ich hab ja auch, oh, 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 oh! Ich hab ja, bitte, ich hab ja wohl gegen den Torwart schießen müssen. Oh, wunderbar. Zu mir! Zu mir! Ach, schade. Nein, nein! Nein! Da ist der Könnerpunkt! Oh, wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. Kolossus wäre damit abgehakt. So! Ah! Das war... Knapp. Also, was heißt knapp? Also, ich mag das nicht, wenn unser Gegner den Puck bekommt. Das wäre schon mal ganz gut jetzt gewesen hier. Dann müssen wir jetzt zu... Wie heißt denn das? Götzenbach. Götzenbach war hier vorne. Hier. 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 Ich mag die. Die sind süß. Und ich möchte jetzt auch gerne grillen. Da habe ich Lust drauf. Mit keinem brennenden Würstchen. Nie. Nee. Woops. Hm. Hm. Die Level sehen echt total leer aus ohne Edelsteins. Wo bleibst du? Was nicht dich? Wo war das? Wo war das? Du klareeubst den Drogen. Wie war das? Der Drogen ist wieder neu. Das war das Gewalt, Herr Reinhardt. Ach, ja. Nein, 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 nein! Ich möchte doch nur gucken. Ich glaube, weiter darf ich nicht. Ich sehe auch so nix. Na gut, fliegen wir einfach mal hier runter, gucken mal. Ist aber nix besonderes. Eine Runde können wir ja auch nicht machen. Bei dem Dings. Ha, Entschuldigung. Mit dem Supersprinter. Weil da ist ja am Ende diese Stufe. Jetzt werde ich ja bestimmt gleich wieder meine Problemchen haben. Ich wusste es. Meine Nase läuft etwas. Oh, das ist... Nicht schön. War schon vorher nicht schön mit der Verzögerung, aber jetzt ist es echt katastrophal. Ah, ich glaube, ich weiß was. Bin wir da aber nicht so ganz sicher? Aber es könnte... ...hinhauen. Ja. Ach, ja. Ich bin zwar direkt wieder runtergefallen, aber wir waren oben drauf. Götzenbach ist abgehakt. Das heißt, wir wären... Ne, wir müssen noch den Ring machen. Aber ich glaube, wir können jetzt hier einfach das Level verlassen. Ähm... Wie hieß der? Ozeanring, genau. In einer bestimmten Zeit schaffen. Nein! Mal sehen! Mal sehen! Achso, falls mir das mit Ripto und Schluck ziemlich auf die Eier gehen sollte. Schluck? Ja. Wie hieß denn der andere? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Schluck fehlt mir noch und Ripto. Ähm... Falls mir das auf die Eier gehen sollte... Dann... ...werde ich mir das Superfeuer holen. Weil damit werden wir die ganz einfach platt kriegen. Zum Ripto werden wir auch ganz einfach damit abschießen können. Deswegen, ich versuche das aber erstmal ohne. Wenn's mir dann halt auf die Eier geht... ...versuche ich's mit. Da muss ich's mitmachen. Weil ich glaub, wenn wir das einmal aufgesammelt haben... ...mhm... Wo müssen wir denn lang? Hier lang. Hier lang. Mh... 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 Ozeanring. Da bin ich mal gespannt jetzt. Ich weiß auch nicht, was wir da für eine Zeit brauchen. Aber das kriegen wir schon hin. Hier ist auch endlich mal ne vernünftige Steuerung, ey. Weil... Weil... An sich ist, ähm... A Hero's Tale ganz cool. Auf jeden Fall besser... ...als... Ähm... Ach, wie hieß denn der Teil nochmal? Enter the Dragonfly. Weil den fand ich echt rottig. Total verbuggt und so. A Hero's Tale ist jetzt zwar nicht mehr so, dass man jetzt sagt, ja du musst da und da musst du deine 3000 Edelsteine einsammeln. Ähm... Aber ich find das so ganz okay. Das ist... Ist halt sehr Open World mäßig. Ist das hier zwar auch... Aber es ist halt... Da gibt's jetzt nicht so einzelne Levels. Es ist halt ne riesige... Mh... Mh... Oh, hier verballer ich Zeit. Das ist unfassbar. Hörst du der other one? Da. Das gibt nix. Hörst du da oben hin? Den möcht ich gern noch kriegen. Oh, drüber! Ich... 1,36. Das war nicht gut. 1,19. Alter! Ich werd mich jetzt grad mal dran machen und gucken, ob ich die Einstellung finde für den Fernseher. Äh... Ich werd das dann rausschneiden. Äh... Ihr seht davon ja eh nix. Ähm... Allgemein hört sich doch gut an. Spielmodus! Da ist er doch! Okay, ich brauch's gar nicht rauszuschneiden. Sehr gut! Äh... BD-Wise... Was ist das denn? Wenn möglich optimale Bildqualität für Samsung, DVD, Blu-Ray, Hum-Kino-Produkte... Mhm. 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 Okay. Na gut. Super, dann hätten wir schon mal den Spielmodus eingestellt. Das ist wunderbra! Vielleicht ist er jetzt schon was besser. Jaaa! Oh! Längen! Um Längen! Boah, ist das gut! Boah!